ARD Text im Auftrag von Funk Besser, ne? Wenn du keine Herausforderung hast, wirst du auch nie besser werden. Also zu viert gegen 5 Mann spielen, ist glaube ich keine Herausforderung. Ist halt sinnlos. Du hörst mich? Kann der Ammo von euch spacken? Nee, ich muss dir an der Kiste oben auf der Brücke was holen. Renn ruhig weg. Manche spielen auch konsequent ihren Scheiß durch, ne? Im Angriff mit einem weniger noch einen Sniper zu spielen, ist schon echt dumm. Sind noch so zwei? Ne, wo sind die anderen? Du wirst schon rechts hier lang gelaufen. Ernsthaft? Die Bitch schlägt eine Mine hin und ich lauf auch noch drüber, ich depp. Das der kein HP verliert, wo mein Ding an Bomben war. Der Russo, Alter, mit seinem Katana, Junge. Da ist er in einem Haus drüben. Nix, im Haus. Nix, im Haus. NCH! Glower Katana-Bastard im Haus! Wo ich hier schon wieder bin. Alter, die ist total schnell, die Olle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und der hat derzeit aber weit gescheuert Spannend Ich brauche noch ein Spiel Deutschland spielt ja gleich oder später ne Keine Ahnung Du zent in Irland Und wieder gegen diesen Gier spielen wir Und schon wieder so ne scheiss Map ey Ich kann doch dezenten nach den ausgewählten Karten suchen aber dann dauert es wahrscheinlich noch länger bis Ewigkeiten bis wir überhaupt ein Spiel finden Gibt ja eigentlich auch Amo ne ne Ich glaube da gibt es noch Healing Amo ist in dem Einhauser Alter jetzt habe ich die Nagelbiss hole Ist gar nicht so schlecht wenn man anvisiert Ja Schießt aber Urisch langsam Ja 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 Und dann Dann stopp sie, es zu dem Konstruktion-Licht. Dann stopp sie, sie zu dem EMP-Machstum. Ach ne, wir sind ja im Angriff. Äh, wir sind ja nicht im Angriff, wir sind der Verteidiger. Alter, was hat er denn mit den Sohle? Man sieht sich ja... Nicht lasst sie den EMP-Machstum zu dem Objektiv! Muss ich jetzt erst das Artie schmeißen, aber... Oh, die haben zurückgeworfen, was ist denn da los? Die haben zurückgeschossen, Alter. Zurückgeworfen, hab ich gesagt. Ja, ich weiß. Alter! Repairt einer. Nobody cares, vor allem nicht. Oh, ich fang genau in ihre Pumpe rein, Alter. So, Junge, ja, ein Dicke Siebel in der Hand hier. Die Wache ist so geschert. Bei Toll, ja. Ah, hier, Aura wieder campen in der Garage im Teal Station. Ah, okay. Da sind wieder ein Headdy gekommen, ey. Hier haben wir keinen Umweg. Ja, Wolke, Wolke, Wolke! Ich sehe ihn, aber kann ihn nicht treffen durch den scheiß Schlitz. Das gibt's doch gar nicht. 3 Stunden oder 2 auf der Brücke. Ich komm da jetzt auch hin und leg da meine Station hin, Cobra. Ja. Oh, gespawnt und tot. Da war ich wohl etwas zu aggro! Alter, wie lange es braucht, bis der Weg zerstört, Jony. Und nicht gegibt. Ja, wollte ich jetzt noch machen. Ich hab gerade ein Reload, wie du gesehen hast, Jony. Nee, nee, nee. Ganz genau gesehen. Das gab es, Alter. Okay. In dieser Runde werde ich so viele Tode haben, Jony. Alter, Mörder-Lag. Leider kein Erster, Greddy. Ich weiß mal, wenn du Banker brauchst. Mann, oben auf der Brücke ist gleich einer. Von rechts kommt er. Mal wieder abhauen. Boah, von hinten, Cobra. Ich bin tot. Oh, die Mini auf mir, glaub ich, oder so. Oh, No-Scope. Kann man mit dem Ding No-Scope schießen, mit dem Sniper? Ja, ja. Hab ich rein, Junge. Sind Gott sei Dank auch zu bekloppt, um den scheiß Ding zu fahren. Ja. Ja. Ein Art Yard getroffen, oder was? Manchmal denke ich aber auch, das ist ein ganz großer Verarsche, das Game. Oha. Ja. Noch ne Muschi. Noch zwei. Noch zwei. Appreciate. Nehmatation. Da, nehmat. 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 Wundurch soll er voll, oder? Abwechslung wo die hier alle... ja links kommen zwei und rechts steht Aura wieder mit ihrer healingstation in der garage und pelt sich ein was war das denn? ich kann die bauen alter so low der Tart sind zwei am AV haben wir unseren zwei? ok oh man ey um ja auf den medic hinten braucht er gar nicht schießen der steht die ganze zeit in seiner scheiß healing aura oh ich bin so kacke Flo mach mal was warte bis jemand andens EV geht und dann führt die sind auch wieder nach oben hier unten ist er in dieser Ecke was war das denn ey ist das nice was ist das denn alle ey ich war oben auf dem EV ich hab ihn rausgemessert aus dem MG he 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 wie soll der Fahrzeug gesprungen oder? ja he 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 so meine Art die karten jetzt nicht oder wat na das passiert schon Ah, ich habe den Medikanten. Jaaa, wuuu. Ich habe die Lone da. 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 Jetzt wollte ich einen Airstrike schmeißen. Nee, das ist nicht erlaubt. Einer kommt hinten beim Sniper-Sport, wo ich noch war. Wir haben die Lone da. Sie lassen es nicht reparieren. Ja, super. Wieder oben am M.G. stehen und sich einen abhobeln vor Geilheit. Da unten ist eine Rischrohr. Drüben im Gegnerteam flamend schon wieder einer, dass sie keinen Sniper brauchen. Das sind also nicht die einzigen armen Schweine, die ständig mit dem Sniper zu kämpfen haben. Links oben auf dem Balkon. Ich habe schon länger gehabt. Ich habe noch gar keinen Sniper gehabt. Ich meinte ja nur vorhin. Ich meinte ja nur vorhin. Aha. Ah, ja. Ev repaired. Firesupport incoming. Ja, diese Runde darf ich wieder tot haben, ey. Die Waffe ist echt ein bisschen schallt. Ja, die Waffe ist echt ein bisschen schallt. Ja. Hab ich doch gesagt. Das ist hier. Scheibeg, hast du mir beide Kills geklaut, du Homo? Ich klau nie Kills. Ne, ne, ach. Ich stehe da unten und stehe im Kreuzfeuer und du stehst hinten auf der Brüstung. Und pümmelst da einfach mal auf die Leute. Und hast auf einmal zwei Kills. Du brauchst mir nichts erzählen. Die Kills, die ich mache, sind immer meine Kills. Ja, ja. Ja. Oh ja. Ja, hier hinten springt er da rum. Kein Interessiert. Aber ich sterb wieder. Hat den jetzt jemand getötet? Oder rennt der immer noch hier rum? Oh, das war zu gut. Ey, hol mich doch, Medic. Der Typ da, der da rumsteht. Einer kommt hinten ins Haus ab, wie bei dir. Durch nicht, oder? Obst du dich wie die Bomben holen? Hinter uns, da unser Base ist einer. Ja, komm. Oh, dem Selbstmord. Hehehe, scheiße, einer. Wunder hier, schon tot. Der kommt doch schon wieder angeraten, der Scheiß. Der kommt ja ab. Ich hoffe, das ist bei dir vorbei. Kill Assist 96. Klatsch, ich verfreue dir in die Hände, Alter. Einer kommt hinten zu dir ins Haus, Abi. Der hat die Hände zu dir über Rollen, ich verfreue dir. Oh, das ist er. the.. Die Hände zu dir. Ich mache dir die Hände zu ihm. Die Hände zu dir sind. Entferung für dich. Ja, die haben drei, vier, alle doppelt aus der Mitte. Ja, die haben drei, vier, alle doppelt aus.